Salut! Habt ihr schon die Lernvideos Falsche Freunde A-G, H-P und Q-Z gesehen? Dann wird es jetzt Zeit, die falschen Freunde mit diesem Übungsvideo zu trainieren. Ihr braucht einen Stift und ein Blatt Papier. Wenn ihr große Probleme habt, könnt ihr auch ein Wörterbuch benutzen. Wenn ich Stopp sage, drückt ihr auf Stopp und löst die Aufgabe zu Hause. Dann kommt die Lösung und wir vergleichen gemeinsam. Los geht's mit Aufgabe 1. Diese französischen Wörter klingen zwar wie Deutsche, haben aber eine ganz andere Bedeutung. Findet die Bedeutung und übersetzt die Wörter ins Deutsche. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.